hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute ist es soweit wir werden die restlichen fragen noch durch machen dann haben wir alle 1124 fragen durch also alle fragen die du in der theoretischen prüfung gestellt bekommen könntest habe ich für dich verfilmt hier rechts oben kommst du auf die playlist einmal für den grundstoff einmal für den zusatzstoff ganz ganz wichtig der grundstoff gilt immer für alle klassen also für motorrad auto lkw und wenn du klassenspezifisch dann das auto zum beispiel brauchst also den autoführerschein machst dann habe ich für dich den zusatzstoff klasse b extra für das auto und der kommt zum beispiel beim motorrad oder beim lkw nicht dran so jetzt machen wir noch die restlichen fragen schnell fertig was kann in kurven zum schleudern ihres kraftfahrzeugs führen starke lenkeinschläge zu schnelles fahren leichtes beschleunigen am kurvenausgang also zu schnelles fahren sowieso lenkeinschlag das ist auch richtig leichtes beschleunigen hier musst du ganz genau lesen es geht um das leichte beschleunigen das sorgt nicht dafür dass du in schleudern gerät ist wenn du stark beschleunigen würdest an andererseits dann schon welche folge kann eine zu geringe menge kühlflüssigkeit im motor haben eine zu geringe menge kühlflüssigkeit kann zur erhöhung des kraftstoffverbrauchs führen eine zu geringe menge kühlflüssigkeit kann zum motor schaden führen eine zu geringe menge kühlflüssigkeit kann zur überhitzung des motors führen also ganz klar die kühlflüssigkeit ist dafür da um den motor gegen überhitzen zu schützen und natürlich kann das ist für auch dafür kann das dann auch dafür sorgen dass der motor kaputt geht also motorschaden und überhitzung ist hier richtig welche aufgabe hat motoröl in einem verbrennungsmotor das motoröl dient der kühlung das motoröl dient dem verschleißschutz das motoröl dient der reinigung also kühlung haben wir ja gerade eben schon die haben wir nicht besprochen das war die kühlflüssigkeit entschuldigung also wenn du schon mal metall gebohrt hast in der schule vielleicht dann hast du da auch etwas öl zwischen bohrer und werkstück gegeben damit erst mal der abrieb abtransportiert wird damit der bohrer nicht zu leidet und damit das material gekühlt wird sonst verfärbt es sich nämlich blau und verformt sich auch also hier sind auch alle drei antwortmöglichkeiten richtig wann sollten sie den reifendruck überprüfen unmittelbar nach jeder fahrt regelmäßig bei kalten reifen unmittelbar nach jedem reifenwechsel also unmittelbar nach jeder fahrt das wäre ein bisschen viel verlangt regelmäßig beim kalten reifen das ist richtig und auch wichtig dass es der kalte reifen ist denn wenn du mit dem auto schon gefahren bist oder der reifen halt warm ist dann dehnt sich die luft ja im reifen aus wenn sie warm ist und dann verfälscht das messergebnis also regelmäßig bei kalten reifen ist richtig unmittelbar nach dem reifen wechsel das ist auch gut denn wenn du da deine sommer oder winter reifen drauf ziehst oder vielleicht ein ersatzrad oder so dann weiß man natürlich nicht wie lange das schon steht und wie lang da schon der luftdruck nicht mehr kontrolliert worden ist was bedeutet das rot gekennzeichnete symbol auf dem reifen dieser reifen darf nur in verbindung mit schneeketten benutzt werden dieser reifen ist für winterliche wetterverhältnisse geeignet dieser reifen unterstützt die fahreigenschaften auch bei schnee genau das ist ja auch eine relativ neue regelung die gibt es erst so seit zwei drei jahren soweit ich weiß früher stand ja immer auf dem reifen m plus s matsch und schnee und hat ja gesagt dass das ein winterreifen ist jetzt muss ja auch diese schneeflocke in dem berg immer drauf sein und das sagt ihr dass der reifen für winterliche verhältnisse geeignet ist und dementsprechend auch die fahreigenschaften auf schnee unterstützt was müssen sie beim fahren mit winterreifen besonders beachten ich darf die zulässige höchstgeschwindigkeit für diese reifen nicht überschreiten ich darf nicht schneller als 80 km pro stunde fahren ich darf höchstens so schnell fahren wie bei der nutzung von schneeketten also mit schneeketten darfst du ja maximal 50 km h schnell fahren das ist falsch nicht schneller als 80 das wäre auch falsch es kommt natürlich immer auf die geschwindigkeit des reifens an also was der reifen verträgt und das steht auf dem reifen drauf ich gehe noch mal eine frage zurück in dem fall hier v v steht für die geschwindigkeit das ist abzulesen einer tabelle kannst du ja googeln und dann siehst du dass zum beispiel der reifen weiß nicht vielleicht 190 km h oder sowas aushält und dann muss auch im sichtbereich des fahrers ein aufkleber montiert werden denn wenn der reifen nicht so schnell fahren kann oder für nicht eine für nicht und für nicht eine so hohe geschwindigkeit ausgelegt ist wie das auto fahren könnte also das auto kann schneller fahren als der reifen zulässt dann muss im sichtbereich des fahrers ein aufkleber montiert werden ja genau hier steht es ja sogar moment ihr pkw ist mit winterreifen ausgerüstet welche bedeutung hat der geschwindigkeitsaufkleber maximal 190 km pro stunde am armaturenbrett okay die geschwindigkeit von maximal 190 km pro stunde darf nicht überschritten werden die geschwindigkeit von maximal 190 km pro stunde gilt nur bei winterlichen straßenverhältnissen die geschwindigkeit von maximal 190 km pro stunde gilt nicht bei trockenen straßenverhältnissen also wie gesagt das ist der aufkleber von dem ich geredet habe und der reifen hält halt nicht mehr als 190 km h aus und wenn ein auto jetzt zum beispiel 220 fahren könnte dann muss im sichtbereich des fahrers ein aufkleber montiert werden und dann darf natürlich auch diese geschwindigkeit nicht überschritten werden was ist nach dem anbau von winterreifen an ihrem pkw zu beachten die zulässige höchstgeschwindigkeit der reifen ist zu berücksichtigen der reifen füll druck ist entsprechend den herstellervorgaben zu überprüfen der luftdruck sollte 0,5 bar niedriger sein als die herstellervorgabe für sommerreifen so das haben wir in den letzten fragen ja schon gehabt also der luftdruck muss angepasst werden und die geschwindigkeit muss auch berücksichtigt werden welchen vorteil bringt die nutzung einer geschwindigkeitsregelanlage tempomat für den fahrer eines kraftfahrzeugs der tempomat passt die geschwindigkeit an die verkehrsdichte an der tempomat hält eine eingestellte fahrgeschwindigkeit auf ebener fahrbahn konstant der tempomat entlastet den fahrer bei der fahrzeugbedienung achtung hier ist wieder von dem tempomat die rede nicht von dem adaptiven sondern von dem ganz normalen und hier steht auch dass er die geschwindigkeit auf ebener fahrbahn konstant hält das kreuzen wir jetzt mal an also ein moderner tempomat der macht das natürlich auch wenn es bergab geht dann bremst er und wenn es bergauf geht dann beschleunigt er aber gut ja auf konstanter auf auf ebener fahrbahn bleibt die geschwindigkeit konstant und dadurch wird natürlich auch der fahrer entlastet da ja nicht die ganze zeit mit dem fuß auf dem gaspedal stehen muss so das waren alle 1124 fragen wie gesagt rechts oben auf dem i geht es dann zur playlist da kannst du dann alle fragen noch einmal anschauen wenn es dir was geholfen hat dann würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen ansonsten abonnieren nicht vergessen ich werde dann demnächst noch weitere videos hochladen mit prüfung simulationen also sprich wenn du wissen möchtest wie es dann in der prüfung der theorieprüfung was da los ist wie es dann abläuft dann abonniere auf jeden fall den kanal denn dann zeige ich noch ein paar kleine tricks auf was du achten musst und wir gehen noch ein paar fragen gemeinsam durch gut dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal